Hallo zusammen, willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Joshua Maschia, unser Herr und unser Elohim. In dieser Sendung wollen wir die Wahrheit aus der Bibel weitergeben. Halleluja! Die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch frei machen. Halleluja! Herr, danke für diesen Moment, danke für dein Wort. Danke Joshua Maschia, dass ich dein Wort weitergeben darf. Halleluja! Amen! So, ich möchte uns also alle heute ermutigen, weiter mit dem Herrn zu gehen. Ich fange diese Lehre heute mit ein paar Sachen, die ich also schon erlebt hatte. Ich erinnere mich, also 2009, das war 2009, Mitte des Jahres ungefähr, hatte ich etwas erlebt. Das war in einer Vision, also hatte ich, da gab es einen Baum, so riesig. Und da drin war eine Person da drin. Und dann ist dieser Baum einfach explodiert und dann kam jemand so raus. Und diese Person sagte blödlich, ja, ich bin Joshua Maschia, ich bin Jesus. Und ich sah die Person und sagte, nein, das kann nicht sein, du bist nicht Joshua Maschia. Und dann sagte er wieder, doch, ich bin es. Ich sagte, nein, du bist es nicht. Und es ging hin und her und dann, also es hatte bei mir irgendwie nicht geklappt. Dann ist er, dann hat er sowas wie so ein Musikinstrument, also rausgebracht. Es war sowas wie eine Flute. Und hat er angefangen, also Musik zu spielen. Er hat die Musik gespielt und dann plötzlich sind so viele Leute, viele Leute, also so eine lange Schlange von Menschen, haben angefangen, also diese falsche Joshua, falsche Jesus zu folgen. Die gingen alle. Und ich stand da und hatte also die Leute, also es hatte versucht, also die Leute aufzuhalten, hey, hallo, das ist nicht der wahre Joshua. Das ist der, das ist der nicht. Das ist nicht der wahre Joshua. Hört auf, schau mal. Ihr müsst also diesen Menschen da so mit dem Wort des Herrn vergleichen. Und als ich das gesagt hatte, also dann sind da so einige, nur ganz wenige Leute, die Leute, also einige haben blödlich so realisiert, ja, ja, warum sagst du das? Ja, schau mal. Und dann sagte ich also, hör mal die Musik. Hört die Musik. Das ist nicht die Musik des Herrn. Das ist die Musik, diese Musik also erhebt, also die Welt. Das ist weltliche Musik und das hat nichts mit dem Herrn zu tun. Und einige hatten das also realisiert und sind aus dieser lange Schlange da rausgekommen. Und dann haben sie angefangen, also wir haben alle angefangen, also in der Bibel zu schauen. Und dann, nach ein paar Jahren, ja, hatten wir, wir hatten uns also in Stuttgart getroffen. Ein Bruder aus Frankreich, also der in Paris ist, kam und wir hatten also Konferenz und er auch hatte also genau ungefähr das Gleiche. Also diese gleiche Vision gehabt. Er sagte also, dass er viele, also die Gemeinde hier in Deutschland gesehen hatte und viele von den Geschwistern, viele sind also auf die Knie gegangen und hatten ein falsches Joshua angebetet. Und er sagte, hey Leute, das ist er nicht, das ist nicht der wahre Joshua, das ist nicht der wahre Joshua. Ich sehe nämlich also an dem Tag, als ich ihn also vom Hotel abgeholt hatte, sagte er direkt also, ja, ich habe also heute einen Traum gehabt. Ich dachte, ja, okay, was ist das? Ja, ich habe gesehen, also viele, die Geschwister hier in Deutschland, also viele, die sich also als Christ bekennen, einfach auf die Knie gegangen und hatten also ein falsches Joshua angebetet. Ich war auch schockiert, ich sagte, wow, stimmt, vor ein paar Jahren hatte ich auch ungefähr ein solches Traum, sowas auch gesehen. Wahnsinn, ne? Ja, und ich habe schon bemerkt, also vor einigen Wochen hatte ich also angefangen, also diese Lehre über Joshua, also diese Gottheit, also von Joshua, die Göttlichkeit, also von Joshua die Lehre zu geben. Es war also, wir haben also Teil 1, Teil 2, Teil 3 und in dieser Zeit, wann war das, also letzte Woche, ich hatte mich also so mit der Göttlichkeit, also von Joshua, Maschia befasst, also weiter viele Dinge geforscht, also in der Bibel gelesen und dann ist mir also etwas passiert, liebe Geschwister. Vor ein paar Tagen hatte ich also wieder einen Traum und dann sah ich, die Leute, also ich hatte, man hat gesagt, ah Joshua ist hier, Joshua ist hier. Ich sagte, wo ist der? Ja, der ist da drin, also in diesem Gebäude, dann bin ich also reingegangen und da drin gab es also was für ein Labor, es war ein riesiges Labor, also und in dem Labor war so ein Schwimmbad. Und da drin, also in dem Schwimmbad, also lag, also ein Riese, der Typ war so riesig, also sogar über vier Meter groß in dem Bad. Und dann haben alle Leute gesagt, das ist Joshua, das ist Joshua und ich sagte, nein, das ist er nicht, das ist nicht Joshua, Maschia. Doch, 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 es ist Joshua. Dann ist er so wie aufgestanden, also hat er angefangen, also aus dem Wasser rauszukommen und dann sagte ich, nein, das ist nicht Joshua, Maschia. Ich erkenne Joshua, Maschia. Das ist er nicht und viele sind also zu diesem Joshua gegangen. Und direkt nach dem Traum, direkt nach diesem Traum, hatte ich also noch wieder einen Traum und da drin, in diesem Traum, also hat ein sogenannter Joshua angefangen, also mit mir zu reden. Er sagte, ich bin Joshua, Maschia. Und ich war, aha, okay, wer bist du? Ja, Joshua. Und dann sagte er, geh in diese Schule, in diese theologische Schule, doch, doch, also wie willst du das und das und so. Und er sagte, nein. Dann habe ich sofort erkannt, ich sagte, nein, du bist es nicht. Wenn ich dich also mit dem Wort des Herrn vergleiche, bist du nicht Joshua. Und dann war er wieder, wie genau so, also 2009, kam wieder diese gleiche Vision und es war wieder dieser Hin und Her. Er sagte, doch, ich bin Joshua. Er sagt, nein, du bist es nicht. Doch, nein, du bist es nicht. Und dann bin ich also aufgestanden. Er sagte, Herr, was ist das denn? Was ist los? Die Bibel sagt uns, Joshua, Maschia hatte uns also gewarnt, also wenn wir in die Bibel mal gehen, Halleluja. In Matthäus Kapitel 24, lesen wir mal Matthäus Kapitel 24, Halleluja. Matthäus Kapitel 24, macht es größer. Also, Abvers 1 Und als Joshua hinaustrat und vom Tempel wegging, kamen seine Jünger herbei, um ihnen die Gebäude des Tempels zu zeigen. Joshua aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht all dies? Amen. Denn, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Ich mache mal eine Pause da. Herr, dein Name sei gelobt, Joshua, Maschia. Ich preise deinen Namen, Joshua. Dieses Wort kommt von dir. Herr, ich bete. Ich bete, Joshua, Maschia, leite mich, führe mich her. Leite mich, Herr, Joshua, Maschia, dass dieses Wort, dass deine Kinder, die Leute, die zu dir gehören, das Wort erkennen. Die Wahrheit erkennen. Im Namen Joshua, Maschia. Amen. So, Vers 3 Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger gesondert zu ihm und sagten, sag uns, wann wird dies sein? Und was ist das Zeichen deinem Kommen und der Vollendung des Zeitalters? Liebe Geschwister, Joshua, Maschia hatte angefangen, ein paar Zeichen. Die Jünger kamen und wollten also bestimmte Zeichen über das Ende, also über das Ende der Zeit wissen. Genau, das wollten sie. Die wollten also ein paar Zeichen und sagten, zeig uns ein paar Zeichen. Das wollen wir sehen. Und hier, Vers 4 Und Joshua antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand irreführe, dass niemand euch in der Irre führt. Vers 5 Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Maschia. Und sie werden viele ihre führen. Wow. Also, Joshua, Maschia, unser Herr, hatte uns schon gewarnt. Er hatte uns gewarnt und sagt, er hatte also, die Jünger, die Jünger wollten also diese Zeichen, also die Endzeitzeichen wissen. Und als er allererstes zeigte, sagte er, hey Leute, da werden viele Leute kommen. Da werden viele Leute kommen und werden sagen, ich bin der Maschia. Ich bin der Maschia. Und die werden viele Menschen in die Irre führen. Was bedeutet das also, wenn die Bibel sagt, dass diese falschen Messias, die Menschen in die Irre führen werden, das bedeutet also, dass sie was anderes lehren werden. Die werden also ein anderes Wort, ein anderes Joshua-Maschia, also diese falschen Joshua-Maschia bringen was anderes. Die Bibel, Joshua ist unser Retter. Joshua ist gekommen, damit wir von der Sünde befreit werden. Joshua sagte, er bringt die freie Botschaft. Und die freie Botschaft ist das Evangelium. Das Evangelium befreit uns von der Sünde. Das Evangelium bindet uns zu Joshua-Maschia, zu unserem Herr, unserem Elohim. Damit er uns ewiges Leben geben wird. Joshua sagte, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben, sagte er. Er allein ist unser Befreier. Aber Joshua sagt uns ganz klar hier, das Falsche. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Maschia. Und sie werden viele in die Irre führen. Liebe Geschwister, als ich wieder diese Vision und diese Sachen bekomme, dieser falsche Joshua-Maschia hatte versucht, sich mit mir zu verbinden. Und ich hatte sofort erkannt, du bist es nicht. Weil das Wort es sagt. Wir müssen unsere Gemeinde, unser griechisches Leben, unsere Ekklesia, also unsere Kirche und die Lehre, die wir bekommen, mit dem Wort des Herrn vergleichen. Ja, schauen wir mal also in Apostelgeschichte als Paulus. Es ist Apostelgeschichte, ist das 11 oder 17? Es ist 17, oder? Paulus und Silas in Thessaloniki, genau. Genau. Halleluja. Apostelgeschichte, Kapitel 17. Danke, Herr. Und die Brüder schickten sofort in der Nacht sowohl Paulus als auch Silas nach Berühr, die in die Synagoge der Juden gingen, als sie ankamen waren. Diese aber, liebe Geschwister, diese aber waren edler gesinnt als die in Thessaloniki. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies genauso sei. Tatsächlich also glaubten viele von ihnen und nicht weniger der griechischen einflussreichen Frauen und der Männer. Die Bibel sagt also, die haben das Wort, die haben die Schriften überprüft, ob alles, was Paulus da gepredigt hatte, gepasst, also irgendwie mit dem Wort, mit den Schriften gepasst hatten, ob das richtig war. Und deswegen haben sie das Wort angenommen. Halleluja. Die Untersuchten. Hier steht, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies genauso sei. Halleluja. Diese falsche Joshua-Maschia kommt und bringt was anderes. Diese falsche Joshua-Maschia bringt ein anderes Evangelium. Anderes Joshua. Falsche Joshua-Maschia. Ich bin also, und dann, wenn ich also die ganze verschiedene Kirchen, also Gemeinde heute sehe, und die Leute beugen sich also vor Statuen. Die Leute beten statt Joshua-Maschia Maria an. Die Leute beten ihre Pastoren oder Priester an, statt zu Joshua zu gehen. Ich habe gesehen, also wir sind ja kurz vor Ende des Jahres 2023, sind schon im Dezember. Ende Dezember werden wir noch diesen Götzendienst sehen, wo die Leute diesen sogenannten Geburtstag von Joshua-Maschia feiern werden. Viele, die nicht mal von Joshua-Maschia hören wollen, sein Wort nicht mal annehmen wollen, Seine Lehren nicht annehmen wollen, sind bereit, am Weihnachten seinen sogenannten Geburtstag zu feiern. Gehen sogar in die Kirche. Was für eine Räuscherei. Und das ist also dieses falsche Evangelium. Diese falsche Joshua-Maschia wird gezeigt. Die Leute werden wieder, also die werden also ein falsches Joshua anbeten. Oh Herr. Die Bibel sagt uns, also in 2. Korinther Kapitel, warte mal, 2. Korinther, Halleluja, 2. Korinther Kapitel 11, Da steht also in Paulus hat also die Korinther geschrieben. Die Korinther hatten das Wort bekommen, die hatten so viele Gaben, so viele geistige Gaben und dann sind sie, diese Gemeinde war wirklich voll von anderer Lehre. Blödlich haben sie, die sind also in die Irre gegangen. Vers 3 steht, also Paulus gibt diese Warnung, er sagt, doch, ich habe Angst. Lesen wir mal ab, Vers 1. Kapitel 11, also 2. Korinther Kapitel 11, Vers 1. Wenn ihr mich nur ein wenig in meinem Wahnsinn ertragen würdet, aber ihr ertragt mich ja, denn ich bin mit einer Eifersucht Elohims, Elohims, um euch eifersüchtig, denn ich habe euch mit einem Brautigam verlobt, um dem Maschia eine reine Jungfrau zu präsentieren. Paulus hat also das Wort, das reine Wort, Joshua Maschia, der wahre Joshua Maschia vorgestellt. Dieser Brautigam und sie und diese Gemeinde, diese Gemeinde in Korinther, ist also in die Irre gegangen. Und jetzt also sagt das in Vers 3, Doch, ich habe Angst, wie die Schlange Kava durch ihre Licht betrug, betrug sollen eure Gedanken nicht verdorben werden, entfernt von der Einfachheit, die im Maschia ist. Vers 4. Denn wenn jemand kommt, wenn jemand kommt, um euch einen anderen Joshua zu predigen, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangen, den ihr nicht empfangt habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, würdet ihr es sehr gut ertragen. Also, da kommt jemand, der predigt an andere Joshua. Da kommen Leute, die predigen an falsche Joshua. Dieser Joshua, der immer Zente verlangt, ja, gib Geld, wenn ihr kein Geld, wenn ihr die Zente nicht zahlt, dann werdet ihr verflucht, diese Joshua, dieser falsche Joshua, der sagt, ja, nee, ihr müsst nicht unbedingt mit mir reden, die Pastoren sind da, spricht also zu euren Priestern, geht erstmal, macht Buße dort, zu euren Priestern, statt zu mir, erst mal, sucht erstmal diese Zwischenmenschen. diese falsche Joshua, diese falsche Joshua, der bringt also ein falsches Evangelium, ja, komm zu mir, und dann werdet ihr also reich, komm zu mir, dann wirst du so eine, dann wirst du einen Mann finden, komm zu mir, willst du ein Haus, komm zu mir, nein, das ist nicht, was Joshua sagt, komm zu mir, ich würde dich also von der Sünde befreien, und dich ewiges Leben geben, baut eine Beziehung mit mir, das ist, was der wahre Joshua, Mashiach sagt, folgt meinem Wort, bleib in meinem Wort, und dann wirst du eins mit mir sein, das ist, was der wahre Joshua, Mashiach sagt, bleib in mir, aber nein, 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 der falsche Joshua, Mashiach, der falsche, dieser falsche Joshua, ja, bloß, verbindet die Menschen, an eine bestimmte Konfession, verbindet die Menschen, an eine bestimmte Religion, ja, und in unserer Gemeinde, unsere Gemeinde ist die Beste, wir sind besser als die da, wir sind besser als die, 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 und die Leute sind so stolz, auf ihre sogenannte Religion, der falsche Joshua, Mashiach, fragt nicht mal, was die Menschen über ihn sagen, der falsche Joshua, Mashiach will nicht mal, dass man überhaupt, der wahre erkennt, der falsche Joshua, Mashiach, dieser falsche, der gerade gepredigt wird, die Leute wissen nicht, die sind da und sagen, oh ne, wer ist Joshua, nein, Joshua ist nur ein Prophet, er ist nur ein Prophet, nein, Joshua ist nur der Sohn, Joshua ist, nein, nein, Joshua ist nicht der Vater, das ist doch, was also gepredigt wird, Joshua gibt Geld, Joshua macht dich reich, Joshua, der, was ist los, und schau mal, also diese, was, was viele da predigen, Geld, 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 Wahnsinn, Wahnsinn, sexy in der Gemeinde, habt ihr gesehen, habt ihr gesehen, wie diese, wie viele sich sogar kleiden, singen für Joshua, Mashiach, habt ihr gesehen, diese falsche Joshua, der gepredigt wird, macht Konzert, macht Konzert, und die Leute zahlen, um ihn zu preisen, die zahlen, geben Geld, oder es gibt also, hier gibt es ein Treffen, wir werden also bestimmte Lehre geben, aber das kostet so und so und so viel, Preise gehen also von 100 Euro bis 1000 Euro, die VIPs, die besten Plätze, kriegen nur die VIPs, um das Wort zu bekommen, das ist nicht Joshua, das ist nicht der wahre Joshua, Leute verkaufen, das Wort, das Wort wird verkauft, ei, 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 die jungen Leute heutzutage, da gibt es also Dating, Dating, Nightclub for Jesus, Nightclub for Jesus, was ist das denn, das ist nicht der wahre Joshua, was ist denn nicht, Nightclub for Jesus, wo die Christen, die sogenannten Christen, versuchen, versuchen genauso wie die Welt zu sein, nehmen also Musiken, weltliche Musiken, enden bloß also die Wörter da drin, und dann ersetzen Joshua, Hip Hop for Joshua, for Jesus, O Herr, O Herr, O Herr, O Herr, O Herr, Paulus sagt das an die Korinther hier, denn wenn jemand kommt, um euch einen anderen Joshua zu predigen, denn wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangen, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, würdet ihr es sehr gut ertragen, ja, anderes Evangelium, das andere Evangelium, könnt ihr euch vorstellen, liebe Geschwister, dass die ersten Christen, die Gemeinde, die ersten Christen hatten schon damit zu kämpfen, die hatten schon damit zu kämpfen, einige hatten gut angefangen, also wie zum Beispiel, also wenn ich, also die Galater, die Galater, Galater, äh, Brief, also nehme, Galater, Kapitel 3, Vers 1, da steht, O Galater, ohne Intelligenz, wer hat euch verzaubert, dass ihr, denen Joshua, Maschia, als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde, nicht mehr der Wahrheit vertraut? Nur das will ich von euch lernen. Habt ihr den Geist aus den Werken der Tora empfangen oder aus der Botschaft des Glaubens? Seid ihr so ohne Intelligenz? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? habt ihr so vieles vergeblich gelitten? Wenn wirklich vergeblich, der euch also mit dem Geist ausstattet und Wunderwerke unter euch wird, ist es aus Werken der Tora oder aus der Botschaft des Glaubens. Also diese Gemeinde, diese Leute sind also irgendwie gut gegangen. Das sagt die Bibi hier. Ihr habt also mit dem Geist angefangen und was ist jetzt? Was ist jetzt passiert? Galater. Die haben gut angefangen und dann, die wurden verzaubert, verhext. Jemand ist also angekommen und hat also was, ein anderes Evangelium gepredigt. Und so sind sie einfach, die haben sich also abgewendet. Nein, 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 warte mal, warte mal. Das ist immer noch in Galater. Kapitel 1. Halleluja. Oh. Oh, wo ist das noch? Galater Kapitel 1. Ähm. Genau. Galater Kapitel 1, Vers 6. Ich bin erstaunt, dass ihr euch so schnell von dem abwendet, der euch mit der Gnade Maschias für ein anderes Evangelium berufen hat. Also ein falscher Joshua kann nur falsches Evangelium bringen. Das ist, und diese Gemeinde, die mit dem Geist angefangen hatte, wurde verführt. Verführt. Und da sind also einige Leute in diese Gemeinde gekommen, die, 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 die sogenannte, also einige, die die Tora gefolgt hatten, Pharisäer, die das, die Joshua angenommen hatten, aber könnten sich nicht also von, von der Tora, von vielen Lehren von der Tora trennen. Die Gnade Joshua Maschia, die Gnade des Herrn, könnten sie nicht annehmen und zwingte die Geschwister das Gesetz, wie geschrieben ist, zu folgen. Wie zum Beispiel, ihr müsst die Tente zahlen. wenn die Tente nicht zahlt, dann bist du verführt, dann bist du verflucht. Eh. Aber, obwohl die Bibel ganz klar sagt, gib aus deinem Herz, ohne Zwang. Eh. Joshua, Herr, bitte vergib uns. Diese Gemeinde, es gibt diese, diese sogenannte Gemeinde, wo die Leute sich also als Champions, diese Champions sehen. Oh, wir bilden Champions hier. Die sind immer so schick am Sonntag, so, äh, schick angezogen. Gehen da drin in diese Gebäude, predigen also ein reicher, äh, Joshua, der, der die Leute also so reich machen wird. Oh, du musst also, derjenige, der tausend Euro, äh, der tausend Euro, äh, zahlt, also spendet, der wird so noch mehr gesegnet. Ich hab das schon mal gesehen, da gab es also ein, ein, ein Treffen, kam also so ein verrückter, äh, äh, Schallertanz und sagte, ja, die ersten, die ersten, die Leute, die tausend, äh, so viel Geld also geben werden, kriegen also ein, ein besonderes Gebet von mir. Und die, da gibt es also besondere Salbung für sie. Und die, die nichts hatten, äh, 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 Joshua, Herr, bitte, hilf uns. Und da merkst du sofort, wenn du in einem solchen Treffen bist, dann siehst du sofort, dass hier ein falsches Joshua gepredigt wird, weil dieses Evangelium ist nicht von Joshua Maschia, nicht von unserem wahrer Herr. Ja. Weil die Bibel uns das sagt, die Bibel sagt das, also in 2. Petrus, Halleluja, oh, Joshua Maschia, 2. Petrus, Kapitel, Kapitel 2, Warnung vor den falschen Lehrern. Es waren, Vers 1, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich zerstörerische Sekten einführen werden und den Meister, der sie erkauft hat, verleugnen und sich selbst schnell Vernichtung zu ziehen und viele und viele werden ihren Vernichtungen nachfolgen. Ja, viele, viele. Ihre Wege wird über den Weg der Wahrheit gelästet werden. Ja, deswegen gibt es also viele Leute, die Nicht-Christen, die sagen, es gibt schon so viele Skandalen, also unter diesen sogenannten Christen, warum sollen wir das überhaupt folgen? Joshua Maschia, der wahre Joshua Maschia, der kann doch nicht sagen, das folgt mir und lebt weiter in der Sünde, das geht doch nicht. Es geht einfach nicht. Joshua wird immer wieder alles tun, damit wir uns von der Sünde befreien. weil genau das, genau dafür ist er auf diese Erde gekommen. Genau dafür, uns zu befreien, ewiges Leben zu geben, weil er der Vater ist, weil er der Herr ist, weil er der Elohim ist, der alles erschaffen hat. Ja, Joshua Maschia ist der Herr. Halleluja. Halleluja. Er sagte, Vorsicht, Vorsicht. Es gibt so viele falsche Joshua Maschia gerade. Ich möchte uns alle warnen. Alle warnen. vergleich bitte, vergleich eure Gemeinden, eure Treffen, vergleich euch. Wir müssen uns zu dem Wort von Joshua mit dem Wort Joshua Maschia vergleichen. Weil Joshua bringt unser Vorbild. Er ist die zentrale Figur. Figur der Christ sein, Christentum. Ohne Joshua Maschia, ohne ihn gibt es nichts. Er sagt das selber. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Deswegen sagen wir zurück zum Wort. Zurück zu Joshua. Das sagen wir zurück zum Wort. Die heutige Gemeinde braucht eine Reformation. Diese Reformation ist einfach zurück zum Wort. Zurück zu Joshua Maschia. Zurück zu ihm allein. weil er der Retter ist. Es gibt viele die gerade verletzt sind. Verletzt von falschen Gemeinden. Verletzt von falschen Brüdern. Verletzt von falschen Kirchen, Gemeinden. Sowas. Weil einfach ein falsches Joshua Maschia vorgestellt wurde. Dieser Joshua Maschia der sagt okay ich will weil du das nicht getan hast dann bist du tot ich werde nicht so bestrafen. Nein unser Joshua Maschia streckt immer seine Hände zu uns und sagt komm zu mir. Egal was du getan hast der wahre Joshua Maschia wartet bloß dass man Buße tut er ruft immer und immer wieder komm zu mir er ist voller Liebe er ist voller Gut er ist so gut er will nicht dass du weiter in der Sünde bleibst er will nicht dass du eine bestimmte Konfektion folgt er will nicht dass du eine bestimmte Gruppe oder Organisation Verein oder sowas folgt nein er will eine persönliche Beziehung mit dir haben dein Leben verändern damit du ewiges Leben bekommst und diese Joshua Maschia erfährst du in eine persönliche Beziehung mit ihm wenn du die Zeit mit dem Wort verbringst wenn du die Zeit im Gebet mit ihm verbringst Joshua Maschia unser Herr sagt in Johannes Kapitel 10 sagte Amen Amen ich sage euch wer nicht durch die Tür in den Schafsaal geht sondern woanders einsteigt ist ein Dieb und ein Räuber wer aber durch die Tür hinein geht ist der Hüter der Schafe der Tür Hüter öffnet ihm die Schafe hören seine Stimme er ruft seine eigene Schafe mit ihrem Namen und führt sie nach draußen und wenn er alle seine eigenen Schafe nach draußen geführt hat geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm weil sie seine Stimme kennen die Schafe die erkennen die Stimme des Herrn sie folgen aber keinem Fremden sondern sie werden vor ihm weit weg fliehen weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen Halleluja oh Joshua Maschia danke Herr Vers 6 Joshua sprach zu ihnen dies gleich nicht aber sie verstanden nicht was er da zu ihnen sagte liebe Geschwister als ich diese falsche Joshua gesehen hatte ich hatte sofort sofort erkannt nein du bist es nicht du bist nicht Joshua Maschia und er hatte das bestätigt mit der Musik die er gespielt hatte er hat die Musik gespielt und dann habe ich erkannt das ist die Musik die ich als ich noch kein Christ war diese Musik habe ich in Disco getanzt als ich nur in der Sünde war das ist genau die Musik die gleiche Sachen du bist es nicht du bist nicht Joshua du bist nicht der wahre deswegen sagt die Bibel auch durch ihre Werke werdet ihr werdet ihr erkennen aber er hatte noch nichts getan aber ich hatte ihn sofort erkannt der Geist des Herrn der Geist des Herrn wenn wir eine Beziehung mit dem Herrn persönliche Beziehung mit dem Herrn aufbauen werden wir immer wieder die Stimme des Herrn erkennen Joshua sagte hier im Vers 5 sie folgen aber keinem Fremden wenn du jemand kennst wenn du eine persönliche Beziehung mit einer Person hast wenn du so wie kannst du wie erkennst du die Stimme dieser Person du erkennst die Stimme der Person einfach weil du so viel Zeit weil du dich immer wieder mit dieser Person unterhalten hast wenn du die Zeit mit dem Herrn nicht verbringst wenn du die Zeit mit dem wahre Joshua Maschia nicht verbringst wenn diese wahre Joshua Maschia dein Herzen nicht geendet hat wie wirst du seine Stimme erkennen wenn du keine persönliche Beziehung mit Joshua Maschia hast wie wirst du die Stimme erkennen Joshua er hatte diese Lehre gegeben die hatten nicht verstanden Vers 7 da sprach Joshua noch einmal zu ihnen Amen Amen ich sage euch ich bin die Tür der Schafe alle die von mir gekommen sind sind Diebe und Räuber aber die Schafe haben nicht auf sie gehört ich bin die Tür wenn jemand wenn jemand durch mich geht wird er errettet werden er sagt ich bin die Tür wenn jemand durch mich geht nicht durch Maria nicht durch Petrus oder Paul nicht durch eine bestimmte Kirche oder Denomination oder Konfession nicht durch irgendwelche Priester Pastore oder Diakonen Bischöpfe Wenn jemand durch mich geht wird er errettet werden Er wird ein und aus gehen und er wird Weide finden Der Dieb kommt nur um zu stellen zu schlachten und zu vernichten Das sind diese Dieb das sind diese falsche Joshua marschiert Ich bin gekommen damit sie das Leben haben und es sogar in Fühle haben Vers 11 Ich bin der gute Hirte Der gute Hirte legt sein Leben zugunsten seiner Schafe hin Ah Joshua Aber der Mitling der nicht der Hirte ist und dessen eigenen Schafe es nicht sind sieht den Wolf kommen gibt die Schafe auf und flieht und der Wolf reißt und zerstreut die Schafe Dann flieht der Mitling weil er Mitling ist und er sich nicht um die Schafe kümmert Vers 14 Ich bin der gute Hirte Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich Alleluia 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 Joshua Maschia Herr ich preise deinen Namen Danke für alles was du tust Joshua Maschia Amen